Wir haben den 23.04.2022, jetzt ist er beim Trip auf 112.1 Stunden, ich weiss nicht wieso das so ist, ich setze ihn einfach mal auf 0.9. So, dann ist das auch gemacht. Da kommt noch ein Luschen. Hier sehen wir das noch. Ich will aber nicht den Namen zeigen. So, jetzt ist alle noch definitiv das mit dem Datum verbunden. Ich mache schon aufs Naturvideo und auch da kommen wir zum nächsten Mittag. Jetzt habe ich voriges Paar und Bachstelze gesehen, aber ich war am Fahren, darum konnte ich kein Video machen. So sieht es mir selbst auf Ende aus, weiss ich nicht, ich weiss es ja. Ich weiss, ob es mir gehört. Wenn ich es mir zeigen, dass es ein Erländisch ist, vielleicht schon. Und da sehen wir noch das Meerleinrisch. Da sehen wir noch das Meerleinrisch. Da sehen wir noch mal. Dann habe ich noch dich, ich verm께, ja. So gehen, wenn ich dich, weiss nicht mal. Und dann nur noch ein Signal, alles mit den Sitzung. Und ich mache mir, wir tun es eben nicht.